Danke, dass du dieses Video siehst. Vielleicht bist du gerade auf der Suche nach einer beruflichen Neuentwicklung. Neben den klassischen Berufen gibt es interessante Neuentwicklungen im weitläufigen Berufsfeld Tiere und Mensch-Tier-Beziehung oder Tier-Mensch-Beziehung. Viele Berufe eignen sich auch ganz hervorragend dafür, tiergestützt zu arbeiten. Und das ist für Mensch und Tier immer eine große Bereicherung. Wie das gehen kann, fragst du dich jetzt vielleicht. Bestimmt hast du schon von den wunderbaren Wirkungen, Benefiz, Wirkfaktoren gehört, die Tiere auf den Menschen haben. Oder du kennst einige davon schon aus eigener Erfahrung. Schon ihre bloße Anwesenheit wirkt. Das ist wissenschaftlich erfahren. Nicht nur auf den Tierbesitzer. Nein, eine gute Beziehung ist nicht unbedingt die Voraussetzung. Schon wenige Kontakte reichen aus, wenn jemand dafür offen ist, sich mit dem Tier direkt zu beschäftigen oder einfach sich in die Atmosphäre einzulassen, die ein Tier verbreitet. Wenn dich das Thema interessiert, google doch dazu, du wirst erstaunt sein. So bin auch ich auf den Hund gekommen. Viele Jahre habe ich als Psychotherapeutin klassisch mit meinen Patienten nach Methode gearbeitet. Psychohygiene ist in der Psychologie ein wichtiges Element und ich bin gerne dafür und oft spazieren gegangen. Immer öfter dachte ich mir, wie schön es doch wäre, meine Hündin bei der Arbeit dabei zu haben. Schließlich war es mein Mann, der mir vorschlug, doch zu überlegen, wie und ob das gehen könnte. Der Gedanke hat mich fasziniert und wenig später bot sich auch die Gelegenheit der Umsetzung. Meine Hündin und ich machten eine Ausbildung zum Mensch-Tier-Partner-Team. Mein Hund wurde eine Therapiehündin. Für die nächsten zwölf Jahre arbeiteten wir tagtäglich zusammen, bevor sie dann wohlverdient in die Rente gehen durfte. Punktuell haben mich auch unsere Katze, Getty und diverse Kleintiere dabei unterstützt. Menschen jeder Altersgruppe und mit vielen unterschiedlichen psychischen Diagnosen konnten wunderbar von den Wirkungen profitieren, die meine Tiere auf sie hatten. Oft hat sich dabei die Gesamtbehandlungszeit deutlich verkürzt. Sitzungen haben sich insgesamt positiver entwickelt. Negative Gefühle lösten sich rasch und plötzlich. Trauer, Einsamkeit, Wünsche nach Nähe wurden vom Tier erkannt und durch den taktilen Kontakt in einer heilsamen, spontanen Erfahrungen erlöst. Lachen, Freude, Sinnerkenntnisse haben meine Kunden gestärkt und auch das eigene Leben kreativ und positiv verändern lassen. Zudem hatte der Umstieg auf das Tiergestützte Arbeiten auch für mich motivierenden Einfluss, erhöhte meine Belastbarkeit und Abgrenzungsfähigkeit. Später kam dann der Einsatz des Healy auch dazu. Zunächst für mich und dann habe ich die Mikrofrequenzen auch für meine Tiere entdeckt. Über die Zeit gab es in meiner Arbeit viele Entwicklungsstufen. Heute habe ich meine eigene Non-Profit-Organisation und helfe Menschen, die psychisch krank sind und Wohlbefinden und Linderung durch ihr Tier erfahren, auf ihrem Weg ein Mensch-Tier-Partner-Team zu werden. Der Verein ESI Europe ist inzwischen weltweit tätig. Wer hätte das vor wenigen Jahren noch gedacht? Der Healy ist immer und mit dabei und fixer Bestandteil. Ich habe unglaublich viele positive Berichte von Klienten und Klientinnen über Anwendungen der Mikrofrequenzen bei sich selbst, bei ihren Tieren, bei ihrer Familie und gesamten Umfeld bekommen. Heute möchte ich dich einladen, mit mir zu überlegen, wie denn der Healy zum Thema Berufschancen im Arbeitsfeld Tiere passt. Und zwar unabhängig davon, ob du nun einen Beruf hast oder suchst, der sich mit dem Tier beschäftigt, beziehungsweise Tierbesitzer bist, Kunden hast, Tierbesitzer deine Kunden sind oder du in einer erlernten Profession mit dem derzeitigen Job, dir gestützt, arbeiten möchtest. Der Healy unterstützt dich, deine Tiere, die Menschen, mit denen du arbeitest und dein Umfeld, bei allem, was du konkret und spezifisch oder ganz generell machst, je nachdem, wie du ihn einsetzt. Du kannst dich in dem, was du tust, spezialisieren und dir eine Nische aufbauen, ein Alleinstellungsmerkmal, das deine Arbeit von der der Kollegen deutlich unterscheidet. Ob du nun andere coacht, etwa Physiotherapeutin bist, Lehrerin oder Kindergartenpädagogin, Mentaltrainerin oder vieles, vieles andere, also Menschen dein Schwerpunkt sind. Und Tiere dich bei deiner Arbeit unterstützen oder in einem Beruf mit Tieren tätig bist, diese vielleicht trainierst oder behandelst. Der Healy kann dich und andere unterstützen und dein Arbeitsangebot zuverlässig erweitern. Wenn du mit der Wirkungsweise von Mikrofrequenzen noch nicht vertraut bist, dann informiere dich bitte vorab. Hier einige Anregungen. Du kannst den Healy bei Mensch und Tier gleichermaßen einsetzen. Er ist ein zugelassenes Medizinprodukt der Klasse 2a und mittlerweile im Einsatz in 45 Ländern unserer schönen Erde. Du kannst, egal ob du im psychosozialen Arbeitsfeld, in einem pädagogischen oder Büro oder wo auch immer du tätig bist, Healy und Tiere gut miteinander verbinden. Spezifische Programme findest du immer abgespeichert auf der jeweiligen Healy-Edition, die du dir kaufst. Diese Programme sind immer und überall und jederzeit einsatzbereit, wenn du dir noch, hier ich zeige es dir, den kleinen Coil, das ist so eine Platte, dazu nimmst. Der wird einfach an den Healy angebracht. Das Ganze auf deinen, nahe deinem Körper und du bist Raum und Zeit unabhängig und kannst ihn immer und überall einsetzen. Und von den Mikrofrequenzen profitieren. Denn mit dem McHealy, dem neuesten Produkt der Healy World, kannst du nicht nur im Klassenzimmer, in deiner Praxis oder deinen Arbeitsbereich harmonisieren. Du kannst auch Luft, Wasser oder Nahrung seine natürliche Kraft wiedergeben. Schlafplätze, Arbeitsplätze vor negativen Einflüssen schützen und vieles mehr. Denn hier kannst du nicht nur wie mit dem Healy im individuellen bioenergetischen Feld arbeiten. Nein, mit dem McHealy kannst du erstmals das morphogenetische Feld mit Mikrofrequenzen bespielen. Das ist neu, raumorientiert und materiebezogen zu arbeiten und birgt wundervolle neue Möglichkeiten. Die Einsatzmöglichkeiten, hier siehst du den McHealy, an mir siehst du den Healy, die Einsatzmöglichkeiten der Produkte der Healy World sind nahezu unbegrenzt nutzbar geworden. Wenn du jetzt sagst, das klingt alles toll, aber ich weiß immer noch nicht genau, wie ich mir das vorstellen kann für meine persönliche Situation, dann kannst du natürlich sehr gerne von meinem Wissen profitieren. Schreib mir doch einfach eine E-Mail und ich schicke dir Terminvorschläge für eine gemeinsame Supervision. Lass dich überraschen und coachen. Wenn du schon startklar bist, dann lade ich dich natürlich ein, nicht zu warten, sondern loszustarten. Wenn du noch keinen Healy hast, dann erwerbe ihn. Du kannst ihn auch mieten, du kannst ihn auch testen. Jetzt ist die Gelegenheit dafür. Sobald du ein Member von der Healy World bist, bekommst du Informationen, Einschulung und alles Wissen, das du brauchst, um erfolgreich zu sein. Brauchst du Support? Lass es mich wissen. Ich freue mich, wenn ich deine Gedanken zum Thema Healy, zum Thema Tiere, zum Thema, wie es beruflich erfolgreich weitergehen kann und viel Freude dabei ist im Alltag. Wenn ich dich in dieser Entwicklung mit meinem Video ein Stück weit inspirieren konnte. Das war das Ziel. Ich wünsche dir und deinen Tieren alles erdenklich Gute.